Hiho, es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Woolly World. Beim letzten Mal haben wir das Special Level der 6. Welt abgeschlossen und haben das Ultra Hyper Mega Special Level bekommen. Wundervolle Wollwelt. Das klingt doch cool. Mir gibt es auch nochmal Zeug zum Sammeln. Na gut, dann, ich glaube dabei, bei den Special Leveln ist der Magnet sehr cool. Also nehmen wir den mit. Mit unserem coolen, klassischen, uralten Nintendo Yoshi. Auf in die wundervolle Wollwelt. Es klingt so lieb und friedlich, aber ich habe Angst, dass das nicht sein wird. Wobei, die letzten Special Level waren ja eigentlich auch okay. Hm, ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen. Das sieht sehr lieb und friedlich aus. Die Musik klingt auch sehr nett. Da sind Herzchen, da sind Pfeile aufgetaucht. Okay. Ach, der Magnet ist echt witzig. Komm her, Shy Guy. Okay. So, ich will die Plattform abschießen. Da ist ein Pfeil. Pfeil sagt mir, es soll da rüber gehen. Okay. Dann machen wir das. Kann ich die Pflanze leider nicht abschießen. Und wow, nicht checken, ob da noch irgendwas gewesen wäre. Moment, jetzt habe ich... Die sind irgendwie schneller als die alten. Oder? Die alten. Als wir diese... Windmühlen. Ich glaube, in der ersten Welt gab es die. Da haben die sich nicht so schnell gedreht, oder? Ich habe es zumindest nicht so schnell in Erinnerung. Hey, Pflanze. Hast du was versteckt? Nein, aber ich habe es überprüft. Darauf kommt es eigentlich, wa? Hast du was? Das kann ich nur um Stunden handeln, Leute. Das kann ich nur um Stunden handeln, weil ich so wenig Wolle habe. Aber wir kriegen das irgendwie hin. So. Wupp. Ähm... Huch. Okay. Ach, da bist du schon wieder da. Perfekt. So. Okay. Und... Pflanze abschießen. Und... Nichts. Ach. Plopp. Pflanze abschießen. Auch nichts. Echt nicht? Schießt euch vollkommen umsonst ab, ey. Wenn mal der jetzt irgendwas gewesen wäre, ne? Jetzt, wo ich aufhöre. Mal hier drunter. Okay. Huch. Iiiiih. Hörst du auf mit deinen Stacheln? Das ist voll doof, Mann. Das macht man nicht. Sowas macht man nicht, Kumpel. Ah, 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 ah. Hörst du auf? Hörst du auf, sage ich dir. So. Huch. Musik einherst. Oh. Das ist nämlich jetzt in die zweite Welt. Wechselt das so die Welten durch? Wir haben keine Wolle gefunden. Das geht mir zu denken. Herzchen. Okay, da kommen Flammen. Das ist nicht ganz so schön. Vor allem, weil die so schnell sind. Die Flammen. Wow. Wow. Der Teppichauer ist aber auch schneller als früher, oder? Kommt mir das nur so vor. Ich hab das Gefühl, es ist alles ein bisschen schneller und anspruchsvoller als früher. Ihr Doofen. Wie hießt ihr? Hotdogs? Waren es nicht sogar Hotdogs? Ich hab's vergessen. Würdest du bitte einfach kaputt gehen? Vielen Dank. Wow. Na los. Schieß noch ein paar Flammen. Oh Gott. Herzchen, bitte. Eine Blume. Na gut, ist mir auch recht. Wobei Herzchen echt cooler wären. Und ein bisschen Wolle wäre auch cool. Oh je, oh je, wir sind fast tot. Nein. Ob es hier Checkpoints gibt? Ich glaub irgendwie nicht. Ich glaube irgendwie nicht. So. Spuck nochmal, dann komm ich hoch. Bam. Bam. Da ist überhaupt nichts. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Okay. Wenn das Spielsendungssystem treu bleibt, sind hier jetzt Herzchen drin. Die Musik ist krass. Ja, sehr schön. So, es ist jetzt wohl an Welt 3 angelehnt. Mit der Wolkenwelt und den Regenbögen. Okay. Ach, das waren diese Bouncy-Büberblasen. Genau, ich erinnere mich. So, die Regenbögen kommen und gehen. Das ist okay. Wow. So lange ich dran denke. Und Jocchi nicht irgendwann von sich hinstampfen, wo er das gar nicht tun soll. So. Hier war nirgends was versteckt. Ich muss so bisschen respekt gerade. Ich hab das Gefühl, ich übersehe Dinge. So. Hey, Scheigai, kannst du das mal kaputt machen? Danke. Ew. Flatter, flatter, flatter. Okay. So. Huch. Mach das mal kaputt, Scheigai. Danke. Danke, danke, Kumpel. So. 2, 2. Okay. Sieht gut aus. Würde ich sagen. Huch. Die sind auch viel schneller, die Regenbögen. Die haben sich früher auch nicht so schnell aufgelöst. Aufgebaut und wieder aufgelöst. Ach, ihr wisst, was ich meine. Huh. Huh. Wow. 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 Ganz ruhig, ihr Geisterlein. Ganz ruhig, ihr Geisterlein. Äh. Plopp. Da ist doch bestimmt was drin hier, oder? Nein. Nein. Yoshi, nein. Och, nö. 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 Aua. So. Herzchen verloren. Aber Hauptsache, wir haben das überstanden. Wo sind meine nächsten Herzchen? Oh nein. Oh nein. Oh. Jetzt muss natürlich der unschöne Teil von Welt 4 kommen. Geh weg, du dummer Fisch. Ich hasse dich noch immer. Da waren meine Herzchen. Na toll. Na toll. So, was habe ich aktuell? Ich habe, glaube ich, den Abgrundschutz, ne? Äh. Du wirst wahrscheinlich da, damit ich immer schön Eier habe. Wolle habe. Fisch, geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Ist das furchtbar hier. Uah. Wow. Ja. Ja, ist klar. Ist klar. Natürlich kommt der Fisch des Todes einfach von oben auf mich runtergekracht. Ist vollkommen in Ordnung, Spiel. Okay, ich fange einfach von vorne an. Ja klar, wir hatten ja... Wir hatten ja keinen Checkpoint. Okay. Es scheint ein cooles Level zu sein, aber es ist nicht so einfach, wie es am Anfang aussah. Nicht so einfach, wie es am Anfang aussah. Deswegen nehme ich mir gleich die vollen Herzchen mit. Okay, wir haben den Abgrundschutz. Das ist gut. Steiger, komm her. Mom. So, ich glaube, das muss ich abschießen. Da war... Oder? War ein Stempel dabei? Ja, da war ein Stempel dabei. Okay. Die Pflanzen hatten nichts versteckt, allerdings. So. Bob. Aua. Fängt ja gut an. Fängt ja richtig gut an. So, war hier noch ein Stempelchen? Äh. Nein. Nein, scheinbar nicht. Nom. Äh. Aber das Grüne da drüben doch bestimmt, oder? Ähm. Ich hätte die Pflanze abschließen sollen, so wie letztes Mal. Äh. Okay, Bücken hilft nicht. Bücken hilft nicht. Dann halt so. Dann halt so. Boing und drauf. So, da war ein Stempelchen. Okay. Dann. Hier unten rum und da hoch. Das da mitgenommen. Und. Na. Drehen, 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 drehen. Das da einsammeln. Ach, eigentlich kann ich ja hier unten rum bei uns. Und wenn ich schon rum bei uns kann, kann ich das auch ausnutzen, oder? Plopp. Ah, Stacheln. Ihhh, Stacheln. Ihhh, Stacheln. Äh. So, machen wir die mal kaputt. Das macht's doch schon mal wesentlich angenehmer. Nee, keine Stachelchen mehr rumfliegen. Ist da oben drauf eigentlich was? Nee, gut. Gut, gut, gut. So. Das da. Da war ein Stempelchen. Blume. Ich will die Blume. Ich will die Blume haben, Spiel. Gib mir meine Blume. Gut. Eins und vier. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. So viele Herzchen fehlen. Zu viele. Schon wieder. Oh je. Oh je, oh je. Okay. Nom. Nom. Herzchen. Okay. So. Hier war das mit den ganzen Feuerbällen. Okay, das kriegen wir aber hin. Denn diesmal mache ich das nicht ganz so hektisch. Und dann klappt das bestimmt besser. So. Immer mit der Ruhe. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann immer unten bleiben, aber der Teppich schleuert mich ja hoch manchmal. Das ist dann ein bisschen doof. Wupp. Okay. Okay. Wupp. Okay. Immer mit der Ruhe. Alles wird... Gut. Ach je. Ach je, ach je. Ach, dieser Teppich macht mich irre. Der hat überhaupt kein Muster, oder? Falls ja, habe ich es noch nicht durchschaut. Äh. 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 Natürlich schießt du nochmal. Ach, Menno. Menno, 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 Menno. Na los, schieß hierher. Ich habe jetzt zumindest noch ein bisschen Wolle. Ich glaube, der hatte nichts mehr versteckt. Aber ich möchte mal die Wolle noch haben. Okay. So. Aber hier kamen jetzt nochmal Herzchen. Ja. Dankeschön, Chai-Gai. Jawohl. Wechseln. Und die Herzchen auffüllen. Pop. Nom, 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 nom. Und zurückwechseln. Sind nicht mal voll geworden. Sind nicht mal voll geworden, so viele fehlen. Okay. Wupp. So. Hier sind ganz viele Shy Guys. Ich glaube, so viele muss ich gar nicht auffressen. Ich habe eigentlich genug Wolle. Ich habe eigentlich genug Wolle. Stürzt ab. Stürzt ab, meine kleinen Freunde. Boing. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Halt. Shy Guy. Hey, Kumpel. Mach kaputt. Dankeschön. Hey, Shy Guy. Mach kaputt. Dankeschön. So. Wolle. Und hier rüber. Whee. Wupp. Shy Guy. Mach kaputt. Danke. Die sind echt lieb, die Shy Guys in dem Level. So. Ich glaube, ich will erst mal auf den Regenbogen zurück. Okay. Habe nicht genug Anlauf holen, um hier auf die Bouncy Blubberbläschen zu kommen. Wuhu. Bouncy Blubberbläschen, Leute. Voll bouncy. Shy Guy. Map, Map. Ah. Huch. Hilfe. So. Ich kann ja runterbouncen. Ich vergaß. Ist ja alles kein Problem. Plopp. 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 Geht ihr mal alle weg. Hast du schon einen Stempel? Jawohl. Natürlich ist da ein Stempel. Ach, hier war die böse. Die böse, böse Pflanze war hier. Plopp. Ähm. Ich glaube, darunter war nichts, ne? Ne. Okay. Nom. Aber da könnte noch was sein. Nein, da war nichts. In Ordnung. Oh, jetzt kam die Hölle, oder? Ja. So, ich wechsle für die Herzchen, die ja irgendwann kamen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber irgendwann. Oh Gott, ich will nicht. Ich will nicht, Leute. Ich will einfach nicht. Ich will nicht. Hier. Okay. Ich glaube, ich bleib bei den Flügeln für den Part hier. Boah, ich hasse dieses Floßteilgedöns. Kann ich dich? Okay. Ich kann dich vernichten. Geh weg, Fisch. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Also geh weg. Ganz einfaches Prinzip. Ja. Absolut awesome. Absolut awesome. Bin total begeistert. Ich kann mich kaum halten. Brauche eine Melone. Ich brauche eine Melone, weil ich eben ganz panisch die ganze Wolle weggeschossen habe. Melone, Melone, Melone. Alles gut. Haben wir noch Herzchen? Noch 15. Na gut. Das geht noch irgendwie. Ja, Fisch ist klar. Ist klar, Fisch. Ist vollkommen klar. Ist absolut klar. Ach, ich habe die Fäden eben überhaupt nicht gesehen. Habe ich gewohnt, wie ich die Sachen einsammeln soll. Wow, nein, 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 nein. Oh. Yay. Eis. Welt. Juhu. 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 Na gut, ich packe die Flügel weg. Äh. Also Welt 4 war ja zur Hälfte schön und zur Hälfte furchtbar. Ähm. Was, was, was? Oh Gott. Rutschst du? Ah, natürlich rutschst du. Oh Gott. Oh boy. Pflanze. Stirb. Ich glaube, du wirst mich zu sehr nerven. Stirb. Stirb. Oh Gott, sterbt alle. Sterbt alle. Sterbt alle und gebt mir meine... Äh. Ich hoffe mal, die Roten sind wieder die Stempel. So wie... Meistens. Äh. Äh. Aktuellen Stempel. Okay. Okay. Schnuffel. Das fände ich jetzt cool. Kannst du über Lava gehen? Stimmt, das konntest du früher schon. Warum bin ich überhaupt überrascht? Ähm. Ach, nö. Okay. Jetzt ist dann wohl in Anlehnung an Welt 6. Schnuffel. Kumpel. Ich muss schon mit. Das ist dir klar, ne? Scheinbar nicht. Ich merke es. Okay. Los, Schnuffel. Oh. Okay. Kann ich dich eigentlich abschießen? Schnuffel, da unten ist Wolle. Die musst du mir holen, ne? Machst du das gleich, Kumpel? Machst du bestimmt. Okay, Schnuffel. Komm hier rüber. Und jetzt gehst du da rüber. Schnuffel. Bring mir die Wolle. Braves Hündchen. Braves Hündchen. Und jetzt komm so hin, dass ich die Wolle auch kriege. Okay. Okay. Halt. Alter, oben ist bestimmt irgendwas, oder? Halt. Kriege ich Kamek dazu, mir das kaputt zu machen? Oder sitzt der da einfach nur drauf? Muss ich da hoch? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Ähm. Kamek. 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 Weiter oben, Kamek. Ach. Was kannst du eigentlich, hä? Hier. Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön, Kamek. Schnuffel, es tut mir leid. Ich muss gehen. Bye, bye. Ich würde gerne noch bleiben, aber Kamek. Okay. Was kommt jetzt noch? Noch mal Vorhänge? Fände ich sogar cool. Ich mag die Vorhänge. Das ist eine Blume. Oh, der Mond mit dem Pflok drauf. Wie früher bei Yoshi's Island. Fünfte Welt. Ja, dieser schwarze Vogelboss da. Halt. Habe ich das jetzt eingesammelt? Achso, das war überhaupt kein Stempel. Komm, jetzt hat die Melone angeflogen, aber ich kriege sie nicht. Doch, jetzt habe ich sie. Ist denn der Wolke da was drin? Oder kann ich da drauf? Ach, ich kann da drauf. Okay. Okay. Okay, hier ist Wolle. Hey, Schnuffel. Das ist vom Cover, oder? Oder so? Ich glaube, ein Pumpkin habe ich jetzt auch drauf. Ist das... Oh, das erinnert mich gerade voll an das Tutorial-Level aus Yoshi's Island. Kann es sein, dass das so quasi nachgebaut ist? Oh, Yoshi. Yoshi, das bin ich. Guck mal, Schnuffel, da steht Yoshi. Yoshi, 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 Yoshi. Ach, ist das cool. Ey, wir haben sogar die Stempel. Cool. Los, Schnuffel. Spring. Schnuffel, spring. Ich habe auch ein bisschen Blone im Mund. Weg damit. Ab ins Ziel, Schnuffel. Yay. Das war schön. Es war auf jeden Fall cool gemacht. So eine coole Idee mit den verschiedenen Welten und so weiter. Schön, schön. So. Was fehlt? Die Blume. Natürlich, die Blume im Eisabschnitt. Natürlich im Eisabschnitt. Die wisst ihr alle. Ich liebe Eis. Total. Also ich esse gerne Eis. Aber das ist was anderes. So gefrorenes Wasser auf dem Boden kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ha. Na gut. Dann. Uh. Stempel auf. Ne, ja, jawohl. Müssten wir jetzt einen neuen Yoshi kriegen, nicht wahr? Einen ziemlich weißen Yoshi. Wir haben doch schon einen weißen Yoshi. Platin-Yoshi wurde wieder zusammen gehäkelt. Uh. Uh. Das ist ja krass. Okay. Dann. Schneidet ihr euch zusammen oder? Ach nee, kommt. Letzte Special Level. Das könnt ihr euch nochmal mit mir zusammen antun. Wir gehen jetzt nochmal durch. Voll krass. Mit. Du kannst nicht in Abgründe stürzen. Und flügeln. Mhm. Dann wir wollen ja eh nur zur Blume. Nur zur Blume. Nur die Blume retten, während das Spiel ewig vor sich hin lädt. Und lädt. Und lädt. Dankeschön. Uh. Platin-Yoshi sieht echt krass aus. Sieht echt krass aus. Okay. Ah. Da war ein Herzchen drin, oder? Okay. Gebt ein Herzchen. So. Und dann mache ich mich auf den Weg hier durch. Dubidubi. 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 Ach nö. Pflanzen im Weg. Das ist ja doof. Whee. Und weiter geht's. Ach. Nee. Nee. Oh. Pflanze im Weg. Nein. Hörst du auf? Hörst du auf, du böse Pflanze? So. Okay. Jetzt kam. Ah ja, genau. Komme ich hier irgendwo hoch? Das ist nicht hoch genug. So. Ja. Könnte hoch genug sein. Ja. Ist hoch genug. Okay. Dubidubi. Bidibidi. Bidibidi. Es ist so angenehm, wenn man nur noch die fehlenden Sachen einsammeln muss. Und den Rest einfach überspringen kann. Yay. Hey. So. Jetzt sind wir hier. Bei den Regenbögen und bei den Shy Guys, in denen ich vielleicht nicht unbedingt reinfliegen sollte. Hey, Shy Guys. Blum, blum, blum. Geht mir aus dem Weg, Leute. Ich glaube aber fast, ich möchte für die Stelle in der, ähm, in der Eiswelt sogar wieder die Melone haben. Weil die war echt praktisch an der Stelle. Boing. Boing. Hey, Shy Guy. Was geht? Was hängt ihr hier so ab, hä? Habe ich hier eine Party verpasst? Aua. Böser Geist. Habe mir wehgetan. Blub, blub. Ich sehe es kaum, der Fisch des Todes will uns fressen. Garantiert. Meh. Okay. So. Wir haben aber auch keine Waffe gegen ihn. Also kein Trägeranstecker oder so irgendwas, ne? Ich wusste zumindest nicht was. Ich wüsste nicht, was uns hilft. Gegen den Fisch des Todes. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich hasse den Fisch des Todes. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Versuch gar nicht nett zu tun, indem du mir das Ding hier kaputt machst. Ich werde auch alleine durchgekommen. Sogar viel einfacher. Ähm. Äh. Der kam nochmal irgendwo, ne? Ja, hier. Häh. Okay, aber jetzt brauche ich die Blume nicht mehr. Deswegen ist es nicht mehr so dramatisch. Äh. Okay. Okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Absolut nicht okay. Nein. 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 Immer noch total furchtbarer Abschnitt. Plop. So. Will ich die Melone? Ich will die Melone. Hier ist eh kein Abgrund. Melone. Melone? Melone. Dankeschön. Nee. Dankeschön. Blume. So. Blume. Ich konzentriere mich darauf, die Feinde zu töten und die Blume, Blume, Blume zu sammeln. Ein Pinguin tötet sich selbst. Ist mir auch recht. Soll mir auch recht sein. Die Blume war rechts, glaube ich. Also werde ich mich auch mal rechts halten. Höh. Pflanze weg. Pinguin. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Okay. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Die Pflanze hat mich gefressen. Egal. Ich brauche sie nicht. Stacheln des Todes. Okay. Wupp. Wer haben sie? Wer haben sie? Alles gut. Alles gut. Hey Schnuffelwelt. Welt. Wie wäre es denn mit Feuerschutz? Und die Blume nimmt natürlich mit, wenn sie schon da ist. Herzschönen. Wuh. Komm Schnuffel. Komm Schnuffel. Los Kamek. Mach kaputt. Aua. Oh Gott. Schnuffel, kommst du da drüber? Ja, kommst du. Natürlich kommst du das. Okay, weiter. Okay. Hui. Hey Kamek, mach kaputt. Ja. Gut. Ach Kamek. Was kannst du eigentlich? Das hier sollst du kaputt machen. Dankeschön. Schnuffel. Schnuffel. Okay, auf geht's. Na Schnuffel. Schnuffel Power. Hui. Kamek, andere Seite. Kamek hier. Kamek hier. Kamek hier. Ja. Ja. Komm ich da rüber? Ja, komm ich. Okay. Gut. Ciao Schnuffel. Hier war nichts Schömmes mehr, oder? Oh, der Mond. Das ist so cool. Oh, diese Anlehnungen früher. Mit sowas kriegt man mich total. Ha. Schön, schön, schön. So, hier noch die ganzen Jubelchen eingesammelt. Die wir eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen. Die ich bezweifle, ist über einen Boss-Pubbel, der wir umgekehrt ganz schlecker benutzen können. Wobei, vielleicht schon. Ha. Vielleicht geht das. Keine Ahnung. Schnuffel. Renn hier durch. Ach, ist das schön. Ich bin so glücklich, Leute. Wui. Los, Schnuffel. Los, Schnuffel. Juhu. Und. Ins Ziel. Ach, ich dachte, wir können auf Schnuffel sitzen bleiben und kommen da rein. Aber nein, kommen wir nicht. Na gut. Dann nicht. Nioshi. So. Alles eingesammelt. Jawohl. Sehr schön. Krieg ich jetzt noch irgendwas Cooles? So nach dem Motto, hey, du hast 100, 100, 100 Prozent. Wobei, der Boss-Prabbelung fehlt noch. Ja. Nein. Ha. Scheinbar nicht. Okay. So, erstmal. Wieder zum normalen wechseln. Ich würde jetzt sagen, wir haben ja jetzt quasi mit Platin-Yoshi hier das Level nochmal durchgespielt. Dann gehen wir jetzt zum Yoshi-Pavillon. Hier. Und nehmen uns einen von den normalen, nicht krass bunten Yoshis. Hier. Rosa. Habe ich mit dem Rosa-Yoshi das allererste Level gespielt? Ich kann es mir gut vorstellen. Ich nehme ihn trotzdem mal. So, dann machen wir das nächste Mal den Boss-Pavillon mit dem Rosa-Yoshi. Und falls ich die Yoshis wechseln kann, werde ich die anderen Farben auch noch benutzen. Weil ich möchte eigentlich schon gerne mal mit allen gespielt haben. Ja, möchte ich schon. So, das heißt, beim nächsten Mal geht's dann auf in diesen gruseligen Boss-Pavillon. Also dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020